moin leute und willkommen zu einer weiteren folge minecraft sora nein nichts nichts ist es sora minecraft okay nicht minecraft sora sondern sora minecraft wir spielen das spiel sora wer kennt nicht und das projekt heißt minecraft vergessen ganz vergessen wir spielen animal crossing so fällt mir auf dass ein haus inzwischen komplett weg ist jetzt haben wir einen schönen boden bello nichts anzünden bitte bitte nichts anzünden okay du dein haus ist komplett kaputt das ist komplett weg ich weiß was du vielleicht mal vergessen dir was zeigen ich habe noch ein rüstungsteil mitgenommen ein neues die tormented rüstung ja aber da habe ich zwei helme einmal bot wo ich ja höherspielen nicht genau die russierung werde ich immer unterbrochen ich wollte sagen ich habe noch einen helden der mich schneller macht was ist denn das schwarze loch bewegt sich nicht es kommt gleich etwas raus ich weiß nicht was es ist vielleicht ist das der weltuntergang wir müssen schauen jetzt schnell let's go bitte bitte sei es irgendwie irgendwie weiß ich nicht irgendein neuer platin oder sowas okay was ist los was ist los was ist da hallo bist du wait wait maxim maxim stop stop bleib stehen bleib stehen hallo hallo maxim maxim hör auf hör auf bleib stehen bleib stehen ey ey maxim red mit mir bleib stehen lass das ding in ruhe was machst du kannst nicht reden machst du was ist das was hast du die maxim mit mir ja was ist was was sogar gemacht es wird ein neues ingot erscheinen ich habe es aktiviert ingot wait woher weißt du von den ingots echt so wer weißt du das ich war nicht mal hier ich konnte euch in andere welt beobachten die schmere portale ich hier welchen dimension hat portale was sehr gefährlich und sehr langweilig ich musste die ganze zeit nur weg oder es war einfach alles so grau und schwarz ihr wisst nicht wie das war geht es dir gut ja eigentlich schon habe ich wo da morgen fall ist deswegen ein auge blutet ein bisschen das ist das ist nicht so gut was hast du gemacht wie hast du uns beobachtet das ist physisch unmöglich es stand da mehrere portale rum wodurch ich hier wodurch ich durchsehen konnte ich konnte ja durch das portal sehen dass dahinten dass da neu ist nee das ist was anderes maxim und was ist das mit dem ingot meinst du also weißt du davon dass wir momentan das infinity ingot herstellen wollen ja davon weiß ich und ich habe ich habe es gerade gestartet und bald wird der neues ingot erscheinen oh mein gott vielen vielen dank maxim gut dass es dir gut geht und das ist wie ich sehe hat sich auch ein bisschen verändert äußerlich und wieso ich wusste mich dort anpassen oder ich wäre leichte beute sie haben da niemanden akzeptiert der anders aussah was meinst mit anders aussehen ja farbig oh okay das ist da war alles triss schwarz und grau oh ja du hattest ich glaube du sahst ein bisschen bunter aus und deine kleidung und sowas dein backpack sieht auch ganz anders aus du hattest auch ganz andere sachen dabei ja ja und auch wie es aussieht hat das portal in seiner teilung mutiert so schwarz ok maxim ja bello freut sich wieder hätte ich wir haben dich alle vermisst wo warst du du musst echt oh mein gott es ist so gut dass es dir gut geht ein glück maxim ich muss testen ob sie noch ganz bei verstand sind ok also lesen sie das hier oh mein gott gut dass es dir gut geht steht hier so sehen kann auf jeden fall noch ganz gut weil ich hätte nebenwirkungen erwartet wenn er durchs portal gereist wäre maxim ist irgendwas anders fällt irgendwas besonders auf oder sowas oder ich glaube auch der kurs fahren sind aber sonst ist aber sonst ist alles gut oder also du kannst dich normal bewegen sonst deinem körper geht auch gut oder auch gott ja also alles gut außer mein auge das schmerzt ein bisschen weil ich war vielleicht habe ich irgendwas zum heilen darf ich mal sehen ich hatte den erste hilfekurs stimmt du warst ja beim militär nein aber in der schule im vergleich zu dir ich weiß ob ich in der schule war ok dein auge hat eine verletzung die ziemlich tief ist ja was was hast du in der dimension gemacht ich bin halt bist du mit dem auge wogegen geknallt nein ich wurde verfolgt und gejagt von den leuten die habe ich akzeptiert ok maxim trink mal das hier bitte das ist eine heroes portion ich würde die eigentlich aufbewahren aber trinken sie bitte ok geht es ein bisschen besser jetzt oder ja viel besser ich fühle mich so stark ja es macht sich auch stärker und schneller und alles aber im grunde heilt es sich er ich glaube ich muss ihn inspizieren können wir ihn verarzt ich habe einen erste hilfekurs gemacht dann macht also von mir aus klar aber ich brauche ich brauche einen verbandskasten ich muss mal gucken ob ich einen verbandskasten habe ich mach das schon komm mit hast du einen verbandskasten ich habe uraniumohr hilft das auf gar keinen fall die tür fehlen wieder auf dem teil von der wand ok maxim ich weiß ich weiß was dir hilft ich weiß was dir hilft maxim ein guter alte köfte spieß das hilft nicht und und diamanten und eine bratwurst auf jeden fall das hilft immer eine bratwurst ist immer gut kommen sie mit kommen sie mit ich weiß was ihm hilft irgendwie finde ich das gut dass du wieder da bist ich auch ich vermisse ich dich auch ich habe mir schon sorgen gemacht weiß nicht was ich mir alles vorgestellt habe ein glück wir kriegen das schon hin macht ihr keine sorgen mich sondern auch maxim na aber ich habe die knöpfe also niemand von euch darf auf die knöpfe gehen sie jetzt bello nicht auf die knöpfe eine person ignorieren die monster das ist was anderes die tun nichts die tun nichts ich glaube die tun schon etwas achtung weg da besitzen sie die monster kurz das ist mein test rum ok ja aha nicht er haben kein t ich glaube ich glaube also ja also wer von euch drückt die ganze zeit auf die knöpfe ich drücke ich glaube bello tut das also ich drücke keine knöpfe Herrn bello bitte verlassen sie den raum nein kein t hinterher kein t hinterher ich frage mich wieso mein papa einen hund mit her anspringen ich weiß es auch nicht also NEN HUND ja ich weiß wir geben jetzt eine sache die werden sie schlucken ok Warten sie also Herrn bello verlassen sie bitte den raum Danke Bello Herr Bello Du wirst mit her angespringen So Vielleicht hat er ja einen Schulabschluss und du nicht Bello treten sie zurück Ich habe keine Ahnung was ich habe Ich habe keinen Herr Maxime nehmen sie das hier Es hat vielleicht leichte explosionsgebrauchsspuren Kein Problem wir sind hier Nehmen sie es sagen sie mir ob sie dann nochmal sehen Gibt es irgendwelche Nebenwirken Äh Laufs einfach runter das wird schon Ja mach bitte 3, 2, 1 Ich muss explodieren Autsch Bello 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 Oh meine chestplate ist kaputt Ich habe es genommen Wieder mal Siehst du jetzt nochmal gehe in die frische Luft Also es ist immer noch alles sehr kulta bunt Okay hoch da Warten sie nach 10 Sekunden sollte es weg sein Maxime ich muss übrigens gleich noch was erzählen Aber dazu kommen wir gleich erst Okay Also Ja 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 jetzt sehe ich das wie in der damaligen Welt Ja Das ist nicht Das ist eigentlich nicht gut Wir lassen es dabei Esst die mal Verbotene Frucht Esst die Verbotene Frucht Ich kann sie grad nicht essen ich werde sie gleich essen Sie sind gut Vielleicht ist es Vielleicht ist der Barren schon hergestellt Vielleicht Ich guck hoch Ich guck hoch Wäre auf jeden Fall sehr gut Ist noch in Arbeit Ah ok Sehr gut Ja das ist gut Das ist gut Ich weiß nicht Ich habe irgendwie Angst um dieses Ding Weil das ist Das Ding ist Ich habe diese Diese Perle damals Durch das Illuminati-Pad bekommen Und das ist komplett random Und das hat genau gepasst Nee 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 Das Ding habe ich durch das Illuminati-Pad bekommen Es ist noch an Arbeit Das wäre sehr gut Wir haben Wir müssen uns mit Brettspielen unterhalten Okay ich hab äh Am Computer kann man sich äh Hier Ich kauf mal eben kurz Terracotta Eine Sekunde Onlyfans Nein Terracotta Nein Terracotta Okay Äh Oh Ich hab mir Night Vision gekauft Oh ähm Ich kauf mir das hier Und das hier Irgendwer scant meine Bücher Ah wait Ich hab jetzt 16 Terracotta Ich bin zu arm dafür Du Baumarbeit Den Hausfehler Nicht abschießen Nicht abschießen Äh Es hat sich viel verändert Ja Das stimmt allerdings Okay Warte Sekunde 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 Bello Oh Du weißt dass das nicht gut ist Bello Was stellst du hier an? Oh wir haben ne Menge Oh wir haben ne Okay äh Pack Opening Let's go Iron Horse Armor Let's go Das ist sehr wichtig Äh Unknown Loot Back OP Gold Ja ist sogar echt ganz gut Äh Wo ist du? Neues Curse of Shadow Ich weiß nicht was Curse of Shadow ist Aber auch nice Die hier brauchte eh kein Mensch Weil die wertlos sind Was ist hier noch so drinnen Äh Diamanten Sehr gut Ähm Grünes Goodback Sattel Nein Protection 3 Das ist ein Das ist ein Lenkraketenwerfer Irgendwer wird anvisiert Was denn? Bello Hören sie damit auf Bello Was machst du? Bello wird sogar gesiebt Bello Ich hab Ohrenschmerzen Ich geh weg Ähm Soll ich verwirrt dich doch Ich bin sehr verwirrt Ja Bello was ist? Bello Alles gut? Nein Nein Nicht abschießen Bello Oh äh Martin hat sich viel verändert Ich wollte schon grad die Wolken ansprechen Da oben schwebt Genau Komm mal kurz her Ich muss ein bisschen was dir erzählen Okay? Jaja Also zunächst ähm Genau ähm Juice Weißt du zu viel jetzt noch mit Juice Mutter? Ja Also wir haben sie leider noch nicht gefunden Aber wir haben erste Hinweise Und zwar Sie ist in der Nähe Aber schwer zu erreichen Das wissen wir Ähm Dann Juice Haus hat sich mittlerweile komplett abgebaut Das hat ja diese komische Seuche Das war von der Mutter gewollt Weil das Haus sich nach und nach abbaute Also verseuchte Und irgendwann eine Chest drin spawnte Sodass sie es halt nicht irgendwie hier in der Chest platziert Und dann kann es jeder Mensch einfach klauen Ähm Okay Dann genau Dann haben wir halt das mit den Ingrid Das weißt du aber glaube ich Äh Ich denke du hast jetzt nicht 24-7 beobachtet Deswegen erkläre ich Was Also sag Bescheid wenn du es schon weißt Genau Dann das mit den Mit Juice Haus Das ist komplett kaputt inzwischen Bello Äh Äh Ja und wir haben äh Einen neuen Feind auf dem Mond Du erinnerst dich glaube ich an Bonge Was? Und äh inzwischen Das wusste ich noch nicht mal Echt nicht? Oh Nein Dann hört mir beide zu Wir haben einen neuen äh Gegner Den ich auf keinen Fall Also er ist richtig respektlos Er denkt der Mond gehört ihm Genau wie Bonge Nur ein bisschen schlimmer Genau wie Bonge Also Ja aber chillt mal Eine Sekunde Ja Wisst ihr was ein bisschen schlimmer an dem äh an dem jetzigen Typen ist? Was? Nun ja ihr wisst ja Bonge konnte ich nicht hauen Und ja dann habe ich diese Rüstung bekommen und inzwischen konnte ich dann Bonge hauen ne? Also diese starke Rüstung ihr kennt sie ja Das kleine Problem ist Mit dieser starken Rüstung und meinem Schwert und meinen äh Sonic Rifle und Nether Blaster Kann ich den nicht hitten Und Bello kann es ebenfalls nicht Platin Ja? Da gibt es noch ein Problem Ich würde an deiner Seite kämpfen aber ich habe alle meine Sachen verloren Ich habe nichts mehr Wir wär Außer diese Rüstung und die ist echt nicht stark Warte Ich habe was für dich Ich war auf äh Geschäftsweise Ich habe ne Soldatenrüstung Gewisse Einkünfte Und Hab dabei was entdeckt was ich Ver Kaufen wollte Aber Vielleicht kannst du es ja gebrauchen Was denn? Was ist das? Und zwar Das Sunpad Was ist das Sunpad? Ein sehr Glückliches Item Oh ähm Dann dreht sich alles im Kreis Genau Und wenn ein Tier sich in ihrer Nähe befindet Fängt es an Ist das nur bei Monstern so oder? Ja Ja Okay das ist echt stark Wir werden dich auf jeden Fall noch irgendwie ausrüsten Vielleicht kann man ja irgendwas mit dem Infinity Ingots für dich auch noch machen Wer weiß Wir haben ja auch mehrfach die Ingots bekommen also Und für mich? Ja für dich schauen wir auch noch Also wir werden für euch beide auf jeden Fall noch guter Rüssel bekommen Ja ich bekomme auch mal was Gutes Ja Aber nicht mal Okay Merkt euch aber nicht mal Bello kann den Typen hauen Also wir müssen wirklich wirklich aufpassen Oh Ja Bello du bist verdammt stark aber da kannst du leider auch nichts machen da müssen wir echt schauen Ja das ist nicht gut das ist absolut nicht gut Und äh Also eigentlich hat er gesagt er wird unsere Erde loswerden Es scheint mir stark aber ich bezweifle dass er das auf jeden Fall hinkriegen würde unsere Also er wird das glaube ich nicht hinkriegen unsere gesamte Erde wegzusprengen Zumindest hoffentlich nicht Und ich möchte da irgendwann mal vorbeigucken Vielleicht bei ihm einbrechen und vielleicht ist da weiß ich nicht ein Ingrid Beziehungsweise Äh Infos auf das neue Ingrid oder irgendeine starke Waffe die ihn besiegen kann Vielleicht Aber denkst du denkst du Ich glaube du weißt wie das Einbrechen damals bei Bonge endete Ja würde ich gerade sagen denkst du der wird sauer wenn wir bei ihm einbrechen Nun ja also das letzte Mal haben wir einfach gesehen ja Bonge ist nicht da also gehen wir rein Diesmal werden wir den Professor fragen Und warten bis er auf dem Mond äh seine Existenz nicht mehr spürt Weil dadurch äh der Professor hat ja sozusagen äh diesen Typen aufgespürt Und hat dadurch erstmal gemerkt dass dort wer Neues auf dem Mond ist Jo und ähm ich denke das wird er dann da auch machen Und ich hoffe dass er dann auch richtig liegt Also wir werden es doppelt und dreifach überprüfen bevor wir da irgendwie hingehen Ich habe gelernt meine Angst zu unterdrücken Damals musste ich ja mit schwerer Überwindung mit dir zum Mond reisen ne Ja Aber jetzt habe ich gar keine Angst mehr von nichts Das ist gut Ja du hast auch glaube ich ein bisschen äh Nicht so gute Erfahrungen gemacht also Was gibst du ihm da Was ist das Eine gute Suppe Was ist eigentlich auf der Wolke lass mich mir jetzt anschauen Oh Achso ja das war ein Ingot Das war einfach nur ein Ingot Also nichts krass besonderes aber trotzdem kannst du es dir gerne angucken Warte Und weg mit dem Und weg mit dem 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 Okay jetzt ist er weg Ja das ist nichts besonderes aber halt LENKRAKETENWERFER NERVT Nein nichts nichts LENKRAKETENWERFER Das sah hübsch aus Mach nochmal Aber lenkt bitte richtig Kann man nicht lenken Die visieren einen an Oh aua Ich merks Ach aua die Zombies machen das Cybrinium Ingot Cyptorium Ingot Yep Genau das Ding Und wir haben inzwischen Wenn wir jetzt auf Ich denke mal demnächst wird das dann fertig sein Lass mich kurz einmal nachschauen Einmal kurz zu denken jetzt Professor Ich bin Warten sie kurz Ich guck mal kurz nach Genau Wir haben zwei Ingotts Das mittlere wird hergestellt Und die äußeren beiden Die müssen wir noch irgendwie herbekommen Kannst du das denn sehen Wo bist du noch Guck mal Guck mal hier zu den Solarpanels Oder Wait Geh mal bitte zum Ja ok hier Das hieß es schon Weil da hab ich ihn geführt Genau Hier Das stellst du halt grad scheinbar her Oder? Ja genau Ja ok gut Dann das hier müssen wir noch finden Und das hier Ich hab irgendwie das starke Gefühl Dass wir Dass eins von den beiden sehr schwer wird Weil ich meine den Rest Der kam irgendwie auf uns zu Wo ist das hier? Da ist alles ein Teleporter Der führt zu mir ins Haus Ich weiß nicht ob der funktioniert Also der hat rote Partikel Also ich glaub der funktioniert irgendwie nicht mehr Ok Also ich bin auf jeden Fall gespannt was da passieren wird Huch Ok Das funktioniert so nicht Warte 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 Stopp ist es fertig Kommen sie her Ich bin da Ich bin sofort da Ich bin sofort da Wo? Huch Glowing Iron Ingot Alter Ok Hier Das hast du hergestellt Oh mein Gott Vielen 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 Dank Du bist der beste Maxim Es wird uns ein riesigen Schritt weiter Ok Ok Hat es jetzt eigentlich Ich hab's nicht Ich denke Ich denke Bello hat's Bello Ju Erwarten sie Ah hier ist nicht Ich hab's Ich hab's Ich lege in meiner Tasche Gut danke Ich hab zwei Bello Bello Ähm Bello Das Ding scheint Wait Stell das auf Dauer mehrere her Ich denke dann Ich glaube es kann nur maximal zwei Wer weiß Ok Bello gib her Ja ich denke dann stell das ein paar mehrere her Bello gib her Ah Fürs erste brauchen wir auch eh nur eins Komm Hier kannst du's doch geben oder Fürs erste brauchen wir eh nur eins also Ich hab's Ah Sekunde Ich geh kurz dahin Und Seid bitte alle dabei beim Moment Wenn das dritte Ingot von fünf Eingesetzt wird Ok Drei Zwei Eins Zack Ah Nice auch Nein so funktioniert das nicht Ok Leute das Da können wir Ok Wir haben jetzt Wir haben jetzt Oh mein Gott Drei Stück Müssen wir das noch finden und das machen Ich hoffe es wird bald was Ok Und gut dass wir Maxim wieder gefunden haben Oder dass er zu uns wohl gekommen ist Ich würde ja Mich dann auf eine Reise begeben Einen Urlaub Machen Wenn sie mich brauchen Ich bin morgen wieder da Ok sehr gut Ja Aber für das erste glaube ich ist das nochmal ganz gut Für das erste glaube ich brauchen wir sie Denk ich noch nicht Aber Leute ich würde sagen das war's für die heutige Folge Und wenn sie euch gefallen hat dann lasst unbedingt einen Like da Und lasst ein Abo da um nichts weiteres zu verpassen Und aktiviert auf jeden Fall unbedingt die Glocke Um ganz sicher nichts mehr zu verpassen Also habt noch einen wunderschönen Tag Bis zum nächsten Mal Und Ciao Bye 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 Vielen Dank.